So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO auf meinem Kanal. Ramses der Dicke und es ist soweit. Das Go-Fest-Siedl ist theoretisch vorbei. Es gab wieder eine Aufgabe, die wir global bewältigen müssen, mussten. Und zwar sollten wir 15 Millionen Rates gewinnen. In Berlin war es ja, wir sollten 15 Millionen Rüpel besiegen, Rocket Rüpel, um einen Ultra-Bonus freizuschalten. Jetzt sollten wir 15 Millionen Rates machen. Wir haben es natürlich geschafft, wie auch sonst, sodass das Hisui-Event, was jetzt bald startet, auch in einer verbesserten Version erscheinen wird. Wir haben ja schon berichtet, ich habe berichtet, ich bin schieb zufrieden, deswegen sage ich wir. Ich habe schon berichtet über das Hisui-Entdeckungs-Event. Das haben wir alles hier schon mal vorgelesen mit den Pokémon-Debüts von Hisui, Fucano, Baldorfisch, Sneebel. Das Ganze also am 31. Juli, Sonntag, Start? Start? Nee, eben nicht. Nochmal hoch. So, Mittwoch, 27. Juli, Start. Das ist aber auch kompliziert, diese Seite. Mittwoch, 27. Juli, das ist also der Mittwoch jetzt, der kommt, startet das Ganze mit den Pokémon-Debüts. Aber das habt ihr dann alles nur aus Eiern, außer Baldorfisch. Das könnt ihr auch wild bekommen. Und jetzt durch den Hyper-Bonus ändert sich was. Und es standen die ganze Zeit schon Gerüchte im Raum. Es gibt ja einen Raid-Tag am Sonntag. Sonntag, 11 bis 14 Uhr, Raid-Tag. Alle haben gesagt, vielleicht sind da ja die Vögel drin, aber die Vögel sind ja Gala. Die Gala-Vögel haben eigentlich mit Hisui nichts zu tun. Ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, die Yalga ist momentan in den Raids. Die Yalga hat ja auch eine Hisui-Form. Es würde also komplett passen, wenn wir normal die Yalga raiden. Aber an diesem Raid-Tag, diese drei Stunden, man die Hisui-Form von die Yalga bekommen kann. Ist alles falsch, passt alles nicht. Denn es wird Waschkawil, Hisui-Waschkawil. Und das kommt am Raid-Tag in die Raids und kann sogar Shiny sein aus dem Raid. Ihr kriegt natürlich wieder fünf kostenlose Pässe. Das steht aber hier alles nochmal. Also Sonntag, 31. Juli, 11 bis 14 Uhr. Zusätzlich hier 50% mehr EP für gewonnene Raid-Kämpfe. Die Chance auf XL-Sonder-Bomb-Boms aus Raid-Kämpfen vor Ort ist höher. Ihr erhaltet während des Events und bis zu zwei Stunden danach bis zu fünf kostenlose Raid-Pässe, wenn ihr die Fotoscheiben von Arenen dreht. Ist wie also ein normaler Raid-Tag, dass man vor Ort ist. Und wir haben damals auch immer geguckt. Ich habe mit mehreren Accounts damals gespielt. Wir sind da rumgefahren. Auch als das mit Raikou, Ente, Suikun war. Auch als das mit Lavados, Arctos, Zapdos war. Als sie das erste Mal als Shiny eingeführt wurden. Wir sind im Auto mit fünf Mann. Jeder mit drei Handys los. Von Arena zu Arena. Man hat einfach die fünf Pässe weggemacht. Dann hat man die nächsten Accounts rausgeholt. Hat da die fünf Pässe weggemacht. Und wenn man dann irgendwo ein Shiny hatte, hat man sich das rübergetauscht auf den Main oder so weiter. Das war cool. Das war fetzig. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob wir irgendwo eine Tour machen können. Es spielt ja keiner mehr in Hildburghausen. Also da werde ich wohl wieder alleine dastehen und alleine wahrscheinlich einfach gar nichts machen. Was ihr macht, könnt ihr mal reinschreiben. Ich werde mir auf jeden Fall versuchen, mit den freien Pässen auf meinen kleinen Accounts ein Shiny Waschkawil zu holen. Oder mehrere. Damit, wenn mein Main-Account wieder da ist, ich das mir rüber traden kann. Außerdem gibt es noch für die Hisui-Entdeckungen, für das ganze Event, einen Boni. Also ab Mittwoch dann. Das Freundschaftslevel steigt schneller, wenn ihr Geschenke öffnet. Pokémon tauscht, Raid-Kämpfe, Arena-Kämpfe macht, Trainer-Kämpfe bestreitet. Das kann natürlich wieder zu Problemen führen. Weil die meisten das nicht wissen, da nicht drauf achten. Die denken so, ach, zwei Tage noch, ich öffne mal das Geschenk. Was? Levelaufstieg, der andere dreht komplett durch. Ja, das wusste ich nicht. Woher soll ich es denn wissen? Weil es hier steht. Und weil das zu den News gehört. Aber ich glaube, das wird wieder vielen Leuten vor den Karren pissen, die einfach mit ihren Leuten gern zum Sieder gelevelt hätten, und dann am 13. August. Das wird wieder vieles durcheinander bringen. Was cool ist, ihr könnt bis zum Ende des Events 30 Geschenke im Beutel aufbewahren, statt 20. Und das Beste, ihr könnt pro Tag bis zu 45 Geschenke öffnen, statt 30. Momentan kann man 30 öffnen. Dann kann man 45 öffnen. Und ihr könnt bis zu 150 Geschenke verschicken. Momentan könnt ihr 100 verschicken, dann 150. Ich wäre schon immer ein Fan dafür gewesen, dass man, wenn man das Freundschafts-Level von 200, das Freundschafts-Maximum von 200 auf 400 erhöht hat, dass man das Verschicken von Geschenken von 100 auf 200 erhöht. Hat man nicht gemacht. 150 ist jetzt wenigstens während des Events ein bisschen mehr. Gleichzeitig auch noch zum Hyper-Bonus. E-Cognito S erscheint in Raid-Camp und kann Shiny sein. Wer also bei den Go-Festen noch keins bekommen hat oder bei anderen Gelegenheiten, wenn das da war in Shiny, der hat jetzt nochmal die Gelegenheit. Ich brauche es leider nicht mehr. Werdet ihr E-Cognito raiden? Schreibt es mal rein. Außerdem Hyper-Bonus. Sodamark erscheint weltweit, denn das ist der Affe, der in Seattle als Shiny released wurde. Fehlt also nur noch der Grüne in Sapporo. Der kommt auch in Raid-Kämpfen und in der Wildnis. Hä? Weltweit in der Wildnis während des Events. Das ist ja gut. Dann habt ihr jetzt also nochmal die Möglichkeit. Der Rest bleibt theoretisch gefühlt so, wie es ist. Die Spawns haben wir uns ja schon mal angeguckt. Hab ja gesagt, Baldorfisch ist da ganz interessant hier natürlich dabei. Und ansonsten habt ihr vielleicht Kaumalad als guten Spawn, Elektrik als guten Spawn. Bei den Raid-Kämpfen ist jetzt also E-Cognito-S noch dazugekommen. Manche haben schon gesagt, sie würden Toggedick-Raids vielleicht machen. Die Eier bleiben unverändert in den Feldforschungen. Hat sich also auch nichts getan. Hisui-Cups, Sticker, Sammler-Herausforderungen. Alles bleibt beim Alten. Das war es eigentlich. Viele haben gesagt, bei dem letzten Mal, die Hisui-Entdeckungen, das Hisui-Event ist sehr enttäuschend. Nichts Tolles dabei. Alles langweilig. Auch die Pokémon-Debüts haben die meisten nicht vom Hocker gerissen. Die haben gesagt, dafür werde ich nicht brüten. Das kommt eh irgendwann noch als Shiny. Dann muss man es wahrscheinlich nochmal brüten. Sie können es also ruhig angehen lassen. Jetzt habt ihr aber durch den Hyper-Bonus wenigstens ein bisschen mehr Spaß. Vielleicht mit euren Freunden. Können da mehr interagieren. Ist jetzt nicht so ein krasser... Ja, es erfindet das Rad nicht neu. Sagen wir mal, aber trotzdem. Aber dieser Raid-Tag finde ich besonders. Ich weiß nicht, wie wir das machen. Was wir da machen. Streamen ist halt schlecht. Deswegen würde ich mal schauen. Oder streamen wir den Raid-Tag? Für die Leute, die einen Shiny unbedingt haben wollen. Ich glaube, das wäre eigentlich eine coole Sache. Von 11 bis 14 Uhr das Ding zu machen. Ich gucke mal. Ich kann ja mal auf euer Feedback hören, was ihr sagt. Ob wir den Raid-Tag vielleicht streamen sollen. Raids für Zuschauer mit Waschkabil. Dass an dem Tag man die Leute einladen kann. Dann kriegt ihr zwar nicht eure 5 reinen Pässe. Weil ihr eingeladen werdet. Also wäre es besser, ihr seid unterwegs. Aber vielleicht, wer unterwegs fertig ist mit seinen 5 Pässen. Und sowieso dann auf andere Raids noch angewiesen ist. Könnte das trotzdem nutzen, um an ein Shiny zu kommen. Ich schaue mal. Ich gucke mir das an. Also Waschkabil als Shiny dann da. Ist so wie ein Labras-Raid-Day. Ist so wie ein Schlurp-Raid-Day. Könnte man vergleichen. Dann ein Icognito-S. Und so, dann mag wer. Wer noch einen Sodamark braucht, nutzt die Gelegenheit. Wer das Icognito noch haben möchte, nutzt die Gelegenheit. Aber mein Highlight jetzt in dem Event ist also Waschkabil Raid-Day. Ansonsten war es das. Von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und das ist der Ultra-Bonus Teil 2.